es so bleibt mir aufstehen erst einmal da und sagte da geht er wieder verpiss dich brav braver Mutant wahrscheinlich wird es mich gleich so hier reißen scheiße gehen müssen oder weiter weil sonst lauf 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 schiefste doch muss er immer so für die versteckten du Pender aber ich glaube ich bin doch vollkommen falsch gelaufen ist und das wäre so lange mit ihr zu sitzen einfach probieren wie wird das so schnell sein da geht es nicht weiter was ist da okay da wollen wir schon mal oder den Typen kennen wir ja da schon okay aber wir sind richtig gespeichert schon mal ne ne schau was ne toll ah fuck boah 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 du mieses Stück oder boah scheiße Herzinfarkt ach pfff pfff ach kennt ihr hart Ah kacke Ah kacke Ähm Gibt man da eigentlich was wenn man das filmt oder so Ah Ist das mit dir? Du kannst dich nicht bewegen, nicht schlecht Hallo Äh Alter die ganzen Geräusche machen wir irgendwie wahnsinnig da Ist das mit dir? Äh ok Du siehst zu selig aus Ist das mit dir? Was ist mit dir? Ok Joa du sucht ein bisschen Liebe Joa Ach der Scheiß sieht doch schon aus Ähm Warte wo muss ich da hin? Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo hin aber Oh Was haben wir denn da? Eine Battery Sorry So Was ist das mit du? Ja Ich bin der Freund Das ist so aportlich Die ganzen Geräusche von was die Typen da machen Wo muss ich denn hin verdammt Was ist das? Ah Das ist wieder ne Erzählte Äh Äh Da kommt man nirgends wo raus Was hat er denn? Was ist da? Was ist da? Alter Alter was machst du denn doller YouTube Tch Alter Hahahaha Ah Waaaah Fuck Fuck Die sind da doch Fuck da Oh Gott Hinter dir Hinter dir Hinter dir Ja Oh Scheiße Oh Gott das mit den Jumpscares Ja genau Du tust mir bestimmt nichts oder? Was ist das? Was ist das experiment? Das Todes mit dem Leben Ich weiß nicht mehr Ich weiß nicht mehr Es passiert noch nicht Es passiert noch nicht Es passiert noch nicht Es passiert noch nicht Was ist das? Alter Schreiber Ich hörte Schritte An wem sind die Schritte? Hallo? Boah ooo Boah Boah Okay So Ähm Dann können wir rausschritten Wir brauchen die alter schwitter was ist das ok wer es nur mit durchlesen will dann haben wir dinge übersehen nachruf landschaftsfotografie und pflege seiner katzen ok ja alles klar was haben wir notizen am arsch über das und diese hatte ganz ehrlich das ist jetzt hat sterben gehört jetzt oder weniger schrecklichen länge öelig täglich ich kann chris walker den großen verletzten und das einfach nicht er ist in diesem gemurmel über sich als kontrolle und entdeckung nicht eher das problem ist was ist wenn er versucht ist zu lösen genau ich schätze mal musste weiter da ist die Dann mal die Luftschleuse wieder Da wird schon wieder Fenster Du weißt jetzt nicht so scary wie immer Wie die anderen Irgendwas Nix, gar nix Super, da kann man sowieso nicht drüber Was wüssten sie von mir? Hey, was zur Hölle? Boah! Alte Schwede, was los? Lass los! 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 Lass los los! Montag hat Gott sei Dank geschlossen! Also es ist aus damit zu stecken da gibt es auch ist wieder besser ist wieder besser liebe leute system also das war nur so stopp setzen also irgendetwas nur was man hilfreich sein könnte also da müssen wir runter ist ein scherz oder sonst keine batterie nicht da oder wie so scherz mit drei batterien nein das ist wo Schaut sich den Scheiß an. Alter Schwitter! Aber wir werden Köller nicht aufgerannt. Was? Ah, Kanalisation, das auch noch. Wo geht's denn da entlang? Gar nicht. Okay, Dead End. Ich schätze mal, das wird das letzte Löffel sein, was wir für die nächsten paar Stunden haben. Da ist einer. Nein, du? Du lebst sicher noch. Wenn ich zu dir hingehe, dann schreckst du mich halt. Wird immer. Mh, lecker! Okay. Shit. Ich brauche Batterien. Fuck. 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 Die ist gehört. Das ist hier nur Ratte. Oh Gott sei Dank. Etwas Licht und was zu lesen. Ach. Du Scheiße. Ich bin schreckt. Und jetzt vielleicht schon mal ein bisschen mehr. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. So, Batterie haben wir noch immer keine gefunden. Was soll denn der Scheiß? Cool Shens. Und Metals. Moment, achso, da kann man nicht durch. Okay, wir müssen da durch. Ah, die Geräusche machen an, fertig! Okay, wenn es dadurch speichert, dann kalt ich mir die Kanalisation für nächstes Mal auf. Also, ja, das war's schon wieder. Ja, man kann nicht. Man kann nicht da ganz kurz aufnehmen. Das war dann schon fertig. Da entweder die ganze Geräuschkulisse und das Plätschern vom Wasser und und, und, oh. Ja, das war's dazu lassen. Aber ich muss da... Ja, super, das ist genau das. Man muss da nur weiter runter. Nein, es reicht ja nicht, wenn man da komplett dunkle Leute da irgendwo umherirrt mit zwei, drei Batterien. Ja? Nee, wir müssen... Wir müssen noch ganz tief runter. Soweit runter, ne? Na, okay. Viel Spaß beim Arschern. Tschüss! Schnell dich! Tschüss!